Der letzte Bär. Dieses Buch hat mich nachhaltig unglaublich beeindruckt. Es ist eine zauberhaft schöne Geschichte. Es geht nämlich um April. Aprils Vater ist Klimaforscher und er bekommt den Zuschlag für ein halbes Jahr auf die Bäreninsel zu gehen. Nur mit April gemeinsam wollen sie auf dieser Bäreninsel ein halbes Jahr das Klima erforschen. Es ist besonders in Zeiten des Klimawandels und der unglaublichen Erhitzung ein ganz, ganz wichtiger Aspekt der Klimaforschung. Diese Bäreninsel liegt 300 Kilometer von Göteborg entfernt, also sehr, sehr weit oben im Norden. Und April weiß noch nicht so richtig, auf was sie sich dort einlässt. Sie hat aber die Hoffnung, dass dieser Aufenthalt ein halbes Jahr quasi in der vollkommenen Natur und auch in der Einsamkeit sie ihrem Vater wieder ein bisschen näher bringt. Gesagt, getan, sie fahren dort auf die Bäreninsel, der Vater verkriecht sich sofort in der Klimastation und April ist, entgegengesetzt ihrer kompletten Erwartung, doch wieder ganz allein. Allein auf sich gestellt. Wenn sie dem Vater kein Essen vor die Nase stellen würde, würde er selbst das vergessen. Also macht sie sich allein auf, die Insel zu erkunden. Der Vater hatte ihr vorher gesagt, dass auf dieser Bäreninsel schon lange keine Eisbären mehr leben und auch überhaupt keine anderen Bären, obwohl sie den Namen trägt, Bäreninsel. Denn April wollte wissen, wo dieser Name herkommt. Seit aber das Eis nicht mehr zufriert und die nächste Eisbärpopulation in Göteborg 300 Kilometer weit weg entfernt lebt, gibt es auf dieser Bäreninsel keine Eisbären mehr. Dachten sie. Denn April begegnet einem Eisbären und dem geht es leider überhaupt gar nicht gut. Wie sie es schafft, diesen Eisbären, ihr eigenes Leben und vor allem auch das Verhältnis zu ihrem Vater zu retten. Das ist unglaublich eindrucksvoll zu lesen. Wunderschön illustriert, auch durchgängig illustriert. Schaut unbedingt dieses Buch mal an. Das ist richtig, richtig schön.